Aber der kommt ja auch nicht mal da unten Oha, da ist jetzt drinnen, na gut Das kriegen wir schon irgendwie gebacken hier Ich höre ein Skeletti wie mal wieder So sieht es aus, mal wieder Es ist ja immer sehr, sehr viel Hier fixiert mit Skeletten und so und auf dem Dachbau Auf dem Bau ist es nicht so ratsam Ihr seht es ja selbst, wenn man mit, naja, wie kann man es schön ausdrücken Mit deinem eigenen Fleisch wird man dich hier erschlagen In die Ecke gedrängt Ja, ist schön Nicht schön eigentlich für ihn, aber für uns Wird es sehr gut Bist du ruhig da hinten Sonst werde ich rausholen und mein Schlingel rausholen Das ist nicht mehr froh, das kannst du dir glauben Mein Ding ist größer als deins, du Pixelmonster Äh, so Also, gut Wir haben an der Tagesanordnung mal wieder Steine gekloppt Denn wir müssen hier oben das Dach fertig kriegen Und dann möchte ich noch, irgendwie muss man das Rezept mal wiederholen Ich glaube, da kann ich kurz mal hier mit meinem Handy kurz schauen, äh, was denn so los ist mit einer Steinmauer Steinmauer in Minecraft craften In Minecraft craften Können wir kurz, äh Steinmauer In Minecraft Craften Mauer, nicht Mauer Meier Ey, du hast so ein Scheiß So, lade mal bitte Herstellung Oha, nur so einfach, na gut, dann Nur einfach nur sechs in einer, äh, zweimal in einer Zeile sozusagen Spalte Zeile, ja, ich sehe es dann selbst Wenn ich's nicht bis dahin wieder vergessen habe Was eigentlich sehr, sehr schnell passieren könnte Aber nur gut, wir haben die Nacht bis jetzt überstanden Wir haben immer noch in unserem Zwinger Ein Zombie Ich hab mal, äh, ich hab mal den Zombie gekillt und wir haben den Skelett auch drinnen Ist wieder ein neues gespawrt, haben sich wieder vermehrt Ach du Scheiße, ey Das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht in meinem Leben Nicht normal heute mal Nix normal Nix normal Alles abnormal Wohl rein für sich, wird's wieder Nicht so viel Aber wir haben ja schon ein Viertel, äh, zu Und irgendeinmal Jetzt dann wirklich zu Oha, jetzt haben wir mehr als mehr Ja Dann spinnen wir da hoch Ah, schön Da kann die bei uns auch nicht hoch Ah, die Flecken hab ich nicht auf dem Bildschirm Die seht ihr auch, oder? Na, ich glaub das sind irgendwie Entzugs Entzugs, äh, Punkte Ich hab hier nen Def drauf Ich will ja nicht haben Ja, jetzt baue ich hier schön friedlich weiter Weh, etwas sieht mich Dann hau ich das aber Das bin So, weg Weil nicht gut und so muss ja auch sein Tapp, tapp, tapp Tapp, tapp, törp Zu, zu, zu Juhu, Musik Und die ist Auf meinen Ohren Proportional nicht so laut Was mich irgendwie irritiert Ansonsten ist hier die lauteste Musik Eine tolle Wurst Ja, das Dach schließt sich langsam Ja, mit der Hand wird's, mit dem Fleisch wird's wohlgehen, mit dem Steak Verwechste Scheiße Scheiß Creeper, ey Verwechste Scheiße Scheiß Creeper, ey Ich hasse ihn Ich hasse ihn Nix hat er nachgerassen von diesem Zeug Wegen ist kein Glas gesprengt Aber so behindert aber auch Ist wirklich Das kann ja nicht wahr sein Und wenn wir nur friedlich bauen Dann wird mir gleich vernagelt Und vernascht Und hab Ich meine Spitzhacke Das ist weggepumpt Was ist Das scheißt mich jetzt schon ein bisschen an Das kackt mich an Das ist wirklich nicht nett von dem Typen Nicht so nett wie ich es mir vorgestellt habe Wir haben noch einen ganzen Block Aber was der uns bringt weiß ich auch nicht Weil wir haben nicht mehr so viele Blöcke Und blockt blockt kann auch blocken blocken Und wer blockt kann geblockt werden Und wer blocken kann der blockt auch nur hin und zurück Was auch ganz wahrscheinlich ist bei hin und zurück Naja werden wir mal sehen was hier so Ich wollte die ganze Zeit irgendwie Zombies Und ich muss wieder diesen scheiß Death Punk anmachen Ist wieder Tag ey Irgendwie sind der Rhythmus viel schneller geworden Tag roh an der Junge Nee So war das 1 2 3 Und der Rest können wir verteilen Der ganze Stack ey Der scheiß Creeper ey Der hat die ganze Kack in die Luft gejagt So ein Mistvieh aber auch Das nennt man Meisterleistung von Klettern Bin noch so ein bisschen Aber das Gute ist Wir müssen nicht mehr essen Seitdem uns die Creeper in Luft jahren Das Hobby von denen ist ja Ist ja immer uns äh Hinten anschleichen Und dann äh den Lümmel in uns rein schicken Und dann uns äh verkacken Genau so ist es Richtig gesehen Leute Das ist ganz schlimm Die Korruption hat weiter zugenommen In Youtube CityCraft Glaube ich dieser CityCraft Ich Müsstet ihr wirklich noch nachschauen Äh Ich Müsste Noch Einen Vorgarten Bauen Einen Vorgarten Bauen Also Ich Mache Dann Hier Der Weeeeeeg Weiter Ich hoffe mal Hoffentlich hat er richtig verstanden Ansonsten Ja Werden wir sehen Spätestens morgen Oder so Keine Ahnung Ich weiß nicht Wann ich wieder aufnehme Denn ich muss doch Kacke lernen Und so 13 Für das Loch hier Ich glaube nicht Nee Kannste knicken Noch 6 Na gut Äh Wir brauchen Glaube ich nur 2 Oder ist das Ne Wie Wieso haben wir das Höh Ist ganz strange Haben wir genug Haben wir genug Das reicht ja Und jetzt nochmal kurz buddeln Denn wir Ich möchte ja Wie ihr schon Gesehen habt Oder ich kurz gegoogelt habe Noch einen Zaun Daher drüber Und nicht in so einen Kacken Behinderter Billigzaun aus dem Baumarkt, ich möchte einen edlen Zaun aus einer Apotheke, dessen Namen ich nicht nennen will, denn es ist ja nicht Produktplacement und ja, ihr wisst was ich meine. Wisst ihr was ich scheiße finde irgendwann Minecraft gerade außer natürlich Java und so, wir hatten vorhin Spitzhacken, die sind weg, wir hatten vorhin Kaktusse, die sind noch da, was für eine Logik, die ist ja volle Kacke hier, ah, äh, so, jup, ciao, So, so. Das heißt, wir können theoretisch eine gute Spezialkrafen, Ähm? was wollte ich so 24 so hier hoch ja ist ja tolle Wurst hier nee das sieht scheiße aus wirklich wenn wir drüber gehen nee bin ja ein Kackbun mal wieder Tassatur hallo 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 Tassatur Tassatur gibt wieder mal auf es ist wieder ein Schrecken der Natur hier ich weiss All so zack 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 und der nach draußen so jetzt kann man anfangen hier wieder zu buddeln und es wird wieder dunkel hier in der ecke schämen ich habe nicht weibliche schämen sondern in dem sinne man schämt sich ja richtig gehört man was war das ich habe angst ich habe jetzt 20 raus naja wird sich schon irgendwie zeigen hier das kackbohen dingens